Hey und jetzt kommen wir zur ersten Folge von GTFO. Wir haben das Spiel alle nicht gespielt und wir werden es einfach blind testen und mal schauen, was passiert. Wir haben die Lobby hosten. Das Start-Game habe ich geklickt. Oh mein Gott, der Start hat schon wieder irgendeiner. Da haben wir gar nix mehr aufgeklicken. Da ist wieder neu. Na? Betreuung auf mich schnell, dass du nicht hast. Da muss ich auf Intel klicken. Host Lobby. A1 wollen wir machen wahrscheinlich, oder? Oder das A2 unter der Linie da? Oder können wir A2 machen? Was? Was ist das einfachste von denen? A1 oder A2? Warte mal. Warte mal. Warte mal. A1 wahrscheinlich, oder? A1 wahrscheinlich, oder? Warte mal. Host Lobby. Hä? Du hast die Chance für die Survivor zu verbessern. Okay. Was muss ich machen? Du musst sie jetzt mit Joinern, oder? Du musst sie jetzt X geben. Ah. Oh, du bist schon... Alter, der ist schon drinnen bevor irgendwas passiert ist. Wie bist du da rein gekommen? Ich lau da rein. Ich kann mal rein. Oha. Wie? Ich mach jetzt wieder ein Nahtyp. Ich will ein Nahtyp. Brauchen wir eh nicht. Ich kann einen Booster nehmen. Sonst gar nichts. Waffen mäßig kann ich sogar unternehmen, witzigerweise. Main-Biston. Alles klar. Ja, wie schon... Kann ich alles schon nehmen? Eigentlich von der Early Access. Äh... Epileppi, oder? Ich... Ich... Ja, Epileppi... Das ist echt Epileppi. Epileppi... Äh... Das ist... Ähm... Ist jetzt alle nicht bereit? In dem Tablet ist besser. Hab sie schon mal irgendeine Dorn-Sachen umgestört? Ich hoffe mal nicht. Ich schon mal nix um, bei den Settings. Ich hab schon mal nix um, bei den Settings. Ich hab schon mal nix um, bei den Settings. Ich hab schon mal nix um. Haha. Waiting on Host. Ich hab mal MyEquip. Lass ihn, so wie es ist. Tschüss. Sieh, wir spielen. Sieh, wir spielen. Weil Drago-Lex zu spielen. Yeah! Alter, ich spiel noch immer Lore. Jetzt verstehst du das immer an. Mhm. Copy Lobby to Clip... Clipboard, Alter. Das geht. Share Lobby-RD. Alles. Ab. Mit der Mitten-Unden-Augen-Drucken. Haha. Danke. Wie eine Rentner-Magnet. Ja. Das ist klar. Ich will extra was erklären. Haha. Ey, Wolf, warte. Ich dauer nicht. Ja. Ich mach jetzt Initiate Cage Drop. Oh mein Gott. Ich hab Angst, Leute. Wo seid ihr denn? Ich bin... Ich bin... Ich bin schon wieder... Ich werde gerade gedroppt, Alter. In einem Cage. Ja. Ja. Obwohl... Bottle 2 incoming. Wo ist's? Ein bisschen laut. Ja, kein Wiel und... Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Was ist bei dir, Frank? Ich verstehe nichts. Ich hab nicht gesprungen damit. Ich hab noch... Ich hab noch die Anerkennung. Ich hab noch nicht sch protZill. Ich hab noch die Anerkennung. Ich hab noch die Anerkennung. Ich hab noch nicht schockt. Ich hab noch da. Die Kekse, Alter. Du den Kekse, meinst. Nein. Ja, nein, das ist das Ores, das muss man auch geben und man muss die Audio-Lizer stören. So. Oh, da ist ein Tuki. Warte, wo ist sie? Sie wollen das nicht machen, Alex? Hey, ich habe die Mission ja auch nicht durchgelesen, ich habe sie nur gestartet. Ähm, das ist ganz einfach. Wir bleiben einfach. Wir teilen uns auf. Und rennen alle in eine Richtung. Hey, das kommt jetzt. Hey, oh moin, wir haben den smartesten Boy in unserem Team. Ich habe schon drei Loot-Dinger geknackt. Okay, was hast du vor? Oder was ist das für ein Ding? Oha! Wir sind in den Flute-Waves. Räger. 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 Da ist was. Kann ich springen? Lore. Was ist denn das? Wo ist das? Was ist das? Press E, leider. Lore. Hey, Jungs. Haben Sie hier ein Licht? Oh, wenn der Tür aufmacht. Da ist ein Tupi. Jungs, ich komme. Jungs. Wie kann ich schneller laufen? Tupi! Jungs! 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 Oh oh! Ey, wie lieb das denn? Kann ich schnell ein Freund? Hahahaha! Hey! Guck mir her! Ey, wirst du mich verworfen, Alter! Wo ist der Jungs herkommen? Der Exekt von mir? Nein, von der Stirn hat. So, von der Stirn hat, ja. Ah, ey, das läuft fast super bis hier. Ah. Fili, bitte. Fili bitte mit der Map, Alter. Tapp, oder? Nein, nein, nein. Geh, ich gehe. Ich magst du ein Bier, oder? Kann mir die. Alter, was ist das alles da? Was ist das alles da? Was ist das alles da? Was? Was? Das haben wir schon vorbeigedem. Hey, die hatten einen Plan. Ich wollte auch was aufmachen. Oh mein Gott, da steht ein Chubb in der Ecke. Hey, das ist ein Sleeper. Wie macht er nichts? F. Jungs, ich mach ihn, okay? Ich mach dir, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, Alter. Was ist das alles? Hey, ich hab kein Muni mehr. Hey! Was macht der Bulli? Hey, es ist eben alles hingeworfen. Aber trotzdem kein Muni mehr. Hey, bist du zurück zum Start, oder? Wo bist du denn da hinten? Ich hab da irgendeine Tür aufgemacht. Aber ich kann nicht zu euch rein. Nein, nein. Ich weiß ja, die sind nicht einmal fertig geschaut da. Ich verstehe nicht, was das ist. Terminal. Routen, muss ich das? Hey Phil, du musst irgendwas hacken. Ich mach mal Hilfe. Ich mach mal Hilfe. Use Keeper, die richtigen Kommens. Aha. Okay. Komplett lost. Wie, wir haben da der Munner. Ich kann da noch mehr Sachen aufmachen. Hier geht's noch weiter. Kann man das nicht aufmachen? Hey, wieso nicht hinter der Tür da? Hey, jetzt... Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? Das ist der Munner, Philipp. Das ist ein Schloss, Alex. Oh mein Gott. Wir haben so verschmerzt. Oh mein Gott, da kommen immer mehr. Holy Macaroni. Da hab ich alles so voll auch geworfen. Was ist denn vor mir? Ich meine, ist leer? Hm. Ja, schießt so. Somit der größte. Ich bin am besten. Wir sind die Schutte. Ja, dort klopfen. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Security-Rex-Scan. Team-Memots are required. Das ist da. Team mit nur Prozent. Ey, Jungs, sterren sich ein Gebot. Oh mein Gott. Ey, dann muss das ganze Team uns da rein sterren. Ich brauche irgendwas. Sie sind das. Rebeller. Jetzt hab ich... Versteh nicht, oder? Hab ich es jetzt weggeworfen, oder hab ich es jetzt eingesammelt? ... Du kannst es in unserem ... ... ... ... ... Sie müssen das. ... ... Ist ja auch schon wieder leer. Ich muss nachschießen. Schauen wir wirklich hin. Hey Jungs, ich sehe nichts mehr. Jai. Es war einmal vor einer langen Zeit. Da hinten ist ein Dschuppi. Nehmen wir. Könnt ihr werfen? Nein, Naruto ranne, Alter. Mein Gott. Vergiss mich, da steht einer. Da kommen immer mehr. Ja, Moin. Aua. Hey, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Da habe ich noch geschlagen. Ja, genau. Gleich haben sie wie alt. Bis fast. Hm, witzigerweise. Oh, der hat Johnny da hinten. Da ist ein Leiter. Da ist ein Leiter. Hey, ach so. Da ist alles mögliche. Muted Artefakt at 100% heat. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Okay. Soll ich schon wieder einmal zurück am Anfang, oder nicht? Ja, doch. Hey, schau, du musst gleich aus. 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 Jetzt brennt der Glaslicht. Hey, schau, du musst gleich aus. Liegt irgendwas. Warnartefakt. Hey. Schau auf die Map, bitte. Zeig dir das nicht nur Zeichen, du. Ja? 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 Ja, da, ja. Geht jetzt doch lang. Hi, hi, hi. Na, Spaß. Ich war am Plan, Jungs. Das ist doch ein Sack, also, gefühlt. Ich bin zu dumm für dich. Da drüben geht's an, wie irgendwo. Ich glaub, da. Digga, Alter, verstehe ich nicht einmal überhaupt Ding? Ich bin auf dem Merck, bin ich da Brote? Ja. Hey, wer schreibt da? Oh, oh, da geht's oben, oh, ich bin. Da. War damage ist ein bisschen übertrieben, hoffe ich nicht. Da ist die Tür bei mir. Soll ich dich aufmachen? Kann ich bingen? Dann eins, zwei. Ich bin so einfach. Ich bin so einfach. Ich bin so einfach. Ich bin so einfach auf den Schuss. Hammer, Alter! Yo, boi! Du hast nicht meine AB, 51%! Oh mein Gott! 10% und auch 11% Gib ihm weg, kid! Klopfen, Alter! Nur noch, nur noch klopfen! Wenn du den Mad Kid verbreichst... Eben 51% Ich weiß von dir! Wo sieht man sowieso, ob man irgendwas hat? Jetzt ist wieviel? Ja Jungs, fällst du nicht runter? Oder irgendwo geht's da hin? Jetzt ist es 80... 80... Oh, da fällst du in 60er... Leer Findet ihn eher ein Mad Kid zu sein... Bisschen wenig liegt für meinen Geschwack... Ja! Ja, das ist nicht mehr... Wir haben fast keinen Mund mehr... Eher nicht mehr... Ich glaube, wir sollten die... Silent... Killing... Alles klar... Ist das Armour... Das Johnny hat Armour gesagt, das ist der Sleeper, son! Das hat so viel für mich, das da ist... Oh, das ist ein X-Tun! Wenn mein Lies ist... Was ist jetzt passiert? Hey, was ist jetzt passiert? Board-Artefakt... Habt ihr den Board-Boost? Cookie... Da oben müssen wir weiter, aber da steht... Wo ist da? Generator 825... Müssen wir anwerfen... Okay... Genau, warte... Alles klar... Alles klar... Alles klar... Der ist wahrscheinlich da, bei uns schaut... Seht ihr's? Sieg voll aus... Ah, die Ansegol sind Leute dann... Da hinten hat der Philp... So ist der Madik jetzt noch so pink... Gibt es da sowas wie Legende? Na ja, ein bisschen natürlich... Was? Was wollen wir suchen? Generator... Der Generator steht da nirgends... Der Generator steht da nirgends... Ich kann einen da... Ah, mit Mittler Maustaste... Zone... Zone... Iman... Hey, komm, wir können aufgehen... Ist das gut? Überall... Bis ich jetzt aufgegangen bin... Das was zu verdienen iste... Was sind die grünen... Punkte da... Das sind Strichpunkte... Alter, das ist neblig... Ich hab da was angefunden... Ein Terminal... Schon wieder... Da kann ich wieder irgendwo sein... Gehen wir was und was... Ich gebe mal ein... Read... Ding... Oh... Oh... Items... Least... Hey... Progress... Der hat ganz riesig angeleastet... Zer Türen... Security Türen... Das was... I don't... Freaking... Hey Jungs... Bin später Ma... Jetzt... Mit... Tool Refill Bag... Aha... Ich kann ein Tool Refill Bag benutzen... Ich hab noch kein einziger Lootbox gesehen... Oder irgendwas... Was denn dort? Ein einziger... Ich hab es jetzt aufgemacht... Der Feetloos... Wie kannst du dich aufmachen... Mit er... Oder musst du aufschlagen... Irgendwie... Aufklopfen hab ich müssen... Echt? Muck, man muss da... Ausklopfen... Ja... Warte... I amun... Ein Generator... Ich kann nicht auf der anderen Mapseite... Mit der Mapseite... Mit der Mapseite... Mit der Mapseite... Mit der Mapseite... Mit 59%... Ich weiß nicht wie viel das hielt... Aber woher weiß ich was... Ich weiß nicht wie viel... Überbehaltens hab... Rechts herum... Du stehst ja für die... Oh nix... Bei mir nix... Okay... Wenn ich scroll stehe... Rechts herum so... Ja... Ich renne die ganze Zeit gegen die Wand... Das ist... Oh nix... Oh nix... Oh nix... Oh nix... Oh nix... Warte... Echt... Oh nix... Oh nix... Warte... Hm. Hm. Es ist ein Töne, mal hab ich da. Kann ich was schreiben? Haben Sie das schon gesehen? Ja. Da kennt man was da eigentlich besucht. Available comments. Elf, commands, cls. Exit. Bing. Ey, dann geht's nochmal kurz zurück. Ich war durch aufgemacht, Jungs, das ist alles voll mit Sleeper. Wie war die Nummer vom Generator? Ah, was? Da gleich. Ey, Jungs, das ist alles voll mit Sleeper, so safe genug. Ach, nein, entschuldige. Ey, Jau. Ey, Jungs, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe, wenn ich dich aufwege. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Servus.